Musik 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's. Ich hab' aber nicht, ich schade uns alle zusammen Denn wir kommen durch現在 Die Probelle durch die Nase und sich Ich hab' den Schaden, in der sie wiedersehen Wir werden die Inilahn-Stadt, und ich bin dran Und als du siehst ab, in der Söhne ist ein Jahr Ja, ich bin schon nieder, ich bin schon nieder Alles egal ist sich im Land, gar nicht so stark Ich bin schon wieder, ich bin einst, ich werde dir gleich, dass du mal Ja die Frau, ich war nicht so gut, ich meine Mien referenzieren! fuck's, ich bin an der deutschen Schuljarfe, ich weiß nicht, wenn ich lege auf ihre Möge die Räume tauschen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen Das ist ein Ruhige, ja, das ist ein Ruhige, ja. Ja, mit klären ne F discrete Da ist in der Stadt, da sagt ein Mann Ich gucke mich, so blöde, jeder an Ja, kein Mann im Polen Und wenn ich mich gerne će, ich bin und ich will unsarr Bundesregierung's. Sprسniere Geräusche χupf Scholten dedicated Spass cheap Spass cheap Spass cheap Spass cheap Spass cheap Spass cheap Ich wacke noch, ich wacke noch, ich wacke noch Ich wacke noch, ich wacke noch Ich wacke noch, 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 ich Die Reise geht los nach Mexiko, nach Honigel, wenn's rein muss mit dem Fluss. Und wenn wir drüben sind, wird's erst richtig schön, schiebt es hier, und wir machen schon wieder Siegente. Und so tanzen wir wie das Jahr, Zirkina, Lauer, von Deutschland geplant, und so fliegen gehen. Und so tanzen wir wie das Jahr, wenn wir drüben sind, werden wir drüben sind, wird's erst sein. Siegensgerüst fangen wir nach Mexiko, um uns rein zu sehen, Siegensrautschen voller Alkohol, lassen wir die Pfanne weg. Siegensrautschen voller Alkohol Siegensrautschen voller Alkohol Siegensrautschen voller Alkohol Und von Triehen wie Jahr, in abti ein Tagsie, werden wir drüben sind, 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 wir drüben sind. Musik Musik Wie ist die Lage in Hüttenbach? Wie haben wir hier die Feste gefeiert? Also da ist einfach alles gut, weißt du, läuft alles gut. Ja, hier sind so viele 200 Menschen. Mit wem seid ihr heute da? Und wen habt ihr heute getroffen? Ich nicht. Kein Spaß. Das ist Bira, Brian. Ich bin nicht in Japan. Wir hatten einen Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag. Heute müssen wir feiern. Ja! Oleg, hast du die Kamera? Hallo! Wir können ein Interview machen. Ja, gerne. Hallo, wo kommen Sie denn her heute Abend? Türkei! Ich komme aus Schneidach, ja. Haben Sie heute neue Erfahrungen oder Freundschaften geknüpft? Ja, also mit dem Typen neben mir habe ich die neue Freundschaft geknüpft. Was geht diesen Sommer? Kann man Werbung machen für das Freibad? Oder wo hängt hier so die Zeit ab? Oder was macht hier ein Freibad? Ja, da ist die Türkei. Ich weiß, dass die Reihe abkommt. Ja, ja. Ja, eigentlich sowas. Sie können uns ja mitnehmen auf Urlaubsreise, ja. Machen wir eine gemeinsame Urlaubsfahrt. Ja, hier drüben wird es schon für den nächsten Zirkus geht. Oder wollen Sie sich bewerben in Kibla Schauspieler? Ja, das machen wir. Da gehört mein Kibla Schauspieler. Erster Clown und ich stehe nur da. Der erste Clown, der ist jetzt heute Clown. Ist dein Double. Ja, Double, genau. Servus. Oh, ich habe zwei Freibier. Wer hat das bestellt? Wer hat ein Freibier bestellt? Ja. Okay, stellt euch vor, ihr hättet einen Wunsch frei auf dieser Erde. Was wäre dieser Wunsch? Oh, unendlich wie Geld. Nein, Geld ist nicht alles im Leben. Ich habe meine Meinung, ja. Kann auch sein, dass... Geld und eine geile Frau. Ist ja schon cool. Ja, ja, da fängt was raus. Genau. Wie war der erste Tag für Sie? Wie war der erste Tag für Sie heute auf der Kibla? Wie war der erste Tag für Sie? Ja, sehr geil. Was kann man die Tage noch erwarten? Und halten Sie es durch bis Dienstag früh? Also bis Dienstag früh halten Sie es definitiv durch. Was man alles erwarten kann. Ja, morgen wird der Baum wohl, glaube ich, irgendwie. Keine Ahnung. Und viel Spaß. Ja, okay, genau. Wir geben es mal weiter. Lasst rocken, genau. Genießt noch die Stimmung. Schönen Körper auf jeden Fall. Danke, dass ihr da seid. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Wir sind froh, dass ihr dabei seid, das Fest mit zelebriert. Und das Körbele vor Hindenbo mit uns heut exhumiert. Aus der ganzen Gmar, Frauen, Männer und Kinder auch, treffen sich mit uns am Hindenbecher Körbeer Ruhestahr. Ich grüße euch alle im Namen aller, der Jungen und den Alten, die Körbeerfreunde hier, die dieses Fest in Ehren halten. Musik Und heuer gibt es wieder mal den Spruch, den wir uns alle wünschen, Körbeer Madler, Körbeer Boom. Ihr habt es auch so im Gedächtnis noch, aber doch eine kleine Notiz in der Hand. Und wie es da heißt, das sagt euch, der Körbeer fahrer voraus und danach vielleicht die Körbeer Madler Körbeer Boom. Und alle Menschen hier am Ort, Körbeer, oh Körbeer, jetzt ist es bei so weit. Körbeer, oh Körbeer, auf dich warten alle Leute. Körbeer, oh Körbeer, drum sind wir alle da. Und wenn wir dich heute ausgeräumt haben, dann sind wir alle da. Und nochmal zu mir schreiben, Körbeer, oh Körbeer, jetzt ist es bei so weit. Körbeer, oh Körbeer, auf dich warten alle Leute. Körbeer, oh Körbeer, darum sind wir alle da. Und wenn wir dich heute ausgeräumt haben, dann sind wir alle da. Der Körbeer Pfarrer freit sich für alle hier am Platz. Die Freude ist auch zu hören, wenn ihr in die Hände klatscht. Steht nicht rum und lasst nun euer Freude freien Lauf und zeigt sie mir am besten gleich mit eurem Applaus.